Guten Tag Frau Bollwitsch, hier ist die Bäckerei Meierlein in der Elisabethstraße. Sie haben heute Morgen Ihren Ausweis bei uns im Geschäft verloren. Sie können ihn hier abholen. Die Bäckerei ist werktags bis 20 Uhr geöffnet. Auf Wiedersehen. Guten Tag Frau Bollwitsch, hier ist die Bäckerei Meierlein in der Elisabethstraße. Sie haben heute Morgen Ihren Ausweis bei uns im Geschäft verloren. Sie können ihn hier abholen. Die Bäckerei ist werktags bis 20 Uhr geöffnet. Auf Wiedersehen.